Einzelne Verzeichnisse defragmentieren mit CONTAG Oft werden bestimmte Verzeichnisse einer Festplatte nie wirklich genutzt. Zum Beispiel das Verzeichnis System 32, das dem System verschiedene Funktionen bereitstellt. Doch werden selten neue Dateien geschrieben bzw. gelöscht. Bei einer herkömmlichen Defragmentierung wird auch dieses Verzeichnis mit einbezogen und auf aufwendige Art und Weise defragmentiert. Weiß man, welche Verzeichnisse regelmäßig Änderungen unterworfen sind, so kann man diese einzeln recht bequem und rasch mit einem Tool namens CONTAG defragmentieren. Unter folgender Webadresse finden Sie das Programm. Klicken Sie auf den Link Download CONTAG, um den Download zu starten und Ihr Windows, um diese Funktion zu erweitern. Nach dem erfolgreichen Download erstellen Sie einen neuen Ordner, in dem Sie das eben heruntergeladene Archiv entpacken. Wir machen das per Drag & Drop, aber es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten, ein SIP-Fall zu entpacken. Öffnen Sie nun CONTAG-Exe, indem Sie auf die Datei doppelklicken und im nächsten Fenster Ausführen wählen. So, nun starten Sie die Eingabeaufforderung. Geben Sie dazu CMD oder Eingabeaufforderung in das Suchfeld des Startmenüs ein und drücken Sie die Eingabetaste. Navigieren Sie jetzt zu dem Verzeichnis, an das Sie die Datei entpackt haben. In unserem Fall ist dies der Ordner CONTAG auf dem Desktop. Um den Ordner zu erreichen, geben wir CD Desktop und anschließend CD CONTAG ein. CD steht hier für Change Directory, was so viel heißt wie Wechsle das Verzeichnis. Tippen Sie nun CONTAG-Exe ein und machen Sie ein Leerzeichen. Anschließend geben Sie den Pfad für das Verzeichnis an, das Sie defragmentieren möchten. Wir wählen zur Demonstration den Ordner Users. Das geht recht flott vonstatten. Nach dem Defragmentieren des Verzeichnisses erhalten Sie einen Report über den abgeschlossenen Vorgang. Vielen Dank.